Jeder Flug ist für mich eine neue Chance, neue Länder, neue Kulturen und neue Leute kennenzulernen. Also ich heiße Daniela, meine meisten Freunde nennen mich Dani. Ich bin Flugbegleiterin bei der Lufthansa und meine Leidenschaft ist Surfen. Im Januar habe ich angefangen einen Blog zu schreiben, weil es für mich wichtig ist, auch die kleinen Momente und Erlebnisse, die ich auf meinen Reisen erlebe, festzuhalten. Wenn ich im Layover eine gute Welle hatte, dann gehe ich an Bord und bin total euphorisch, weil der Körper dann so viel Glückshormon freisetzt. Dann überträgt sich das ja auch auf die Gäste. Ich würde natürlich gerade aufs L.A. fliegen, entweder voller Vorfreude auf dem Hinflug oder noch so voller Euphorie auf dem Rückflug. Also ja, da haben die Gäste auf jeden Fall auch deutlich was davon. Surfen ist vergleichbar mit dem Fliegen, weil für mich eine Welle zu reiten pure Freiheit bedeutet. Ich beschreibe es immer so ein bisschen, dass jeder so sein Puzzleteil irgendwie hat, was er im Leben finden muss. Und Surfen ist so mein Puzzleteil, was mich irgendwie so fügt und was ich gefunden habe. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich irgendwie so, ja, so eine Chance bekomme, meine Leidenschaft quasi mit meinem Beruf zu verbinden. Weil es ist ja eigentlich eher eine Seltenheit, dass man so beides so optimal miteinander verbinden kann. Ich kann mich glücklich schätzen, dass man so ein bisschen bevorsteht, wenn man so ein bisschen vor sich, mir das auch nicht so nimmt. Und wenn man so an, wie es ist, geht's so ein bisschen mehr. Das ist ja nur ein bisschen, aber es ist ja nicht gut. Ich kann mich glücklich zuvor, wenn man so ein bisschen mehr mitnehmen kann, Wenn ich doch helfe, habe ich eine Fähigkeit zu mir. Weil es ist ja nicht mehr zu sein. Ja, jetzt habe ich mich zu mir gedacht. Und wenn du, wenn ich nicht so, ja, da bin ich dann das YOUvel Links.